Okay, man, das war gerade sehr erleichternd. Was ist denn dann auf dieser rechten Seite los? Wetten, ich kriege da blaue Münzen und ich werde es nie erfahren. Ach, egal. Egal. Ich, ich, ich mach das jetzt nicht. Jedenfalls gehe ich noch ein allerletztes Mal hier rein. Ja, auch auf diese böse Mission, aber keine Sorge. Diesmal geht es darum, 100 Münzen zu sammeln. So, ich hoffe, ich packe das. Es sah schon ganz gut aus, weil, ich meine, hier sind schon eine Menge Münzen. Na, kriege ich die auch mal hier. Danke. Gut, dann hier noch so einen schönen Kreis an Münzen. Und hier. Oh, oh, das war jetzt was knapp, aber scheiß drauf. Schön, überall was machen. Wichtig, ich fange natürlich auch hier unten an, weil das ist auch der gefährlichste Ort, um die Münzen zu sammeln. Und es wäre ja schade, wenn ich das erst hinterher machen würde und dann hier runterfalle. Das wäre, da hat ja keiner was von. Oh, da hinten ist auch... Wie soll ich mir dieses Leben denn holen? Scheiß drauf, das will doch keiner. Dann haben wir hier noch fünf... Waren das die letzten jetzt? Ne, da hinten geht es noch weiter. Das sind aber die letzten dann. Immerhin haben wir schon 38, 39 und 40 zusammen. Wow, Moment. Da hinten ist eine dicke Stange Münzen. Die würde ich natürlich auch ganz gerne haben. Ich weiß nur gerade nicht, wie. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Ich spring da drauf. Wo bringt mich das denn? Wow. Ähm, ich gehe mal erst hier hin. Bringt mir das irgendwas, hier zu sein? Außer, da ich nichts sehen kann. Warte, ich kann hier lang. Dann hier hin. Oh, da komme ich... Hä, oh, da ist ein M. Ach, wie mache ich das denn? Ach, da muss ich ja wieder hier runter und so, ne? Das will ich jetzt aber ungern machen. Moment, ich versuche... Ich merke es mir einfach mal. Dass ich hier noch einmal hin muss, weil da ein M ist. An der Decke. Unmöglicher Ort. Aber jetzt wäre es mir ein bisschen zu blöd. Okay, 40 habe ich. Das Problem ist ja, in der Oberfläche sind nicht gerade viele Münzen. Aber hier waren ja noch, äh, die hier. Wenn ich auf ihnen drauflande, genau, dann kriege ich drei Münzen. Wichtig, ich muss... Genau so, ja. Klappt doch gerade. Wenn ich mit Yoshi esse oder so, kriege ich halt nur eine. Das möchte ich nicht. Scheiß drauf, wenn ich Schaden bekomme. Ist ja nicht schlimm. War's das? Oder war da noch einer? Ne, ne? So, wo war denn jetzt da, wo ich diese Stange Geld da... finde? War das... Ah, es war... Ne. Das war nicht hier. Das war da hinten. Komme ich von hier aus nach... Dort? Ne, ne? Na, scheinbar nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Ähm... Na, erst mal, ähm... Hm. Na, ich würde sagen, erst mal hol ich mir eine Banane und hol Yashi mal raus. Wo ist die Banane hier? Da. Dann da mit zu Yashi rüber. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, diese blaue Münze da aufzuholen. Das ist aber echt mies dort versteckt gewesen. Okay, dann hol ich mir Yashi und esse die Bienen und ganz sorgfältig auch immer schön die Münzen bei denen sammeln. Die Hälfte habe ich ja jetzt. Weil wenn ich jetzt schnell hintereinander esse, dann verpasse ich auch nur ein paar Münzen. Jetzt geht es ja noch, wo nur drei draußen sind, aber... Ich meine, wenn jetzt gleich der ganze Schwarm kommt. Wobei es dann auch ziemlich schwer wird, ähm... Na, die unter Kontrolle zu halten. Wir werden dann mal sehen. So, eine. So muss ich das etwa machen. Au, au, au. Immer schön nacheinander. Ich werde keine verpassen. Okay, zwei gehen, denke ich, auch klar. Auf einmal. Ja, okay. Ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übervorsichtig. Wow. Ah. Oh, oh, oh. Wow. Okay, seht ihr, ich verschwinden sehr schnell. Wow. So, zwei noch. Wobei, ich glaube, nur eine würde mir auch Geld geben. Die letzte gibt mir, glaube ich, gar nichts mehr, weil... Die halt eigentlich eine blaue geben würde. Aber Moment, ich habe noch was Wichtigeres entdeckt. Das war neu hiervon. Oh, fuck. Hier nochmal was. Da war noch einer. Okay, Mann. Wollen wir jetzt zurück zur Yoshi? Wie viele haben die mir jetzt insgesamt gegeben, die Bienen? Ist das genug? Waren das 26? Sind das genug, um, ähm... Na, 100 zu kriegen? Werden sehen. Wow. Äh, ja. Ist was? Hiervon? Ah, ich will den. Ich will den Willa haben. Sieht ja cool aus. Äh, ja. Gut, dann den hier. Ich stampfe den mal nieder hier. Vielleicht gibt es ja irgendwo Geld. Sieht aber gar nicht so aus, ne? Keine Münze für mich. Okay, jetzt wird es hier ein bisschen... Okay, das ist, glaube ich, sogar noch gefährlicher. Ra? Gefährlicher, ra? Gefährlicher. Ist doch richtig. Was rede ich denn da immer für einen geschwollenen Scheiß? So. Die drei muss ich jetzt irgendwie übervorsichtig mir hier holen. So, der letzte. Komm. Lass dich essen. Jetzt muss ich den Bienenschwarm hier rausholen. Na, wird es falsch. Und jetzt schnell hier weg erstmal. Also zumindest mal da, wo ich sicher bin. Ja, okay, das war ja irgendwie klar. Nein! Boah, seht ihr, manchmal springt der dann auch schon mal böse weit weg. Das könnte manchmal echt, naja, mich die Schlucht darunter holen. Au. Ich bin ja momentan sehr gefährlich. Au. Nein, die Münze, komm. Oh, die ist weg. Okay, eine Münze habe ich jetzt verpasst. Ich denke, das ist noch ertragbar. Alter! Ich kann nichts machen. Und da ist auch gar keine mehr. Da. So. Dankeschön. Nein! Nimm die Münze! Nimm die Münzen! Die ist auch weg. Ach, scheiße. Jetzt esse ich die einfach schnell. Ich meine, das wird ja überhaupt nichts mehr auf einmal. Nein! Okay, großer Fehler, großer Fehler. Ah, okay. Noch alle gekriegt. Niemals zu viel auf einmal. Ah, das ist eine Drecksmission. Ich sag's euch. Okay, das war gut. Die letzte habe ich hier mal verpasst. Ja, die ganzen habe ich verpasst. Weil am Ende noch gerade so meinte, noch ein bisschen Scheiße zu machen. 97, komme ich noch auf 100? Ja, wird wohl, oder? Oh, genau auf 100 sogar. Ich glaube, es war jetzt die letzte. Und die letzte gibt ja eben keine Münze mehr. Nein, nicht da oben. Auf der, auf der Faust. Hier ist die letzte. Na komm, die will ich aus purer Rache noch essen. Ja. Nein. Ja. Seht ihr genau auf 100 noch? Ja, dann hole ich den mir jetzt. Ich hab dann mal Schiss, da ich ja abrutsche und dann in die Schluchtfalle. Aber es geht. Gut. Damit hätte ich das ganze Level abgeschlossen. Ich muss ja nie wieder... Oh, doch. Ich muss ja einmal rein, um diese eine blaue Münze noch zu holen. Stimmt. Das mach ich natürlich noch. Aber zumindest hab ich jetzt mal alle Sterne, alle Sonnen hier gesammelt. Das ist ein gutes Gefühl. Sollte ich gehen noch einmal rein? Ein letztes Mal. Das langweilt euch bestimmt langsam. Mich hat schon ab der zweiten Mission gelangweilt. Ach, seid ihr gelangweilt? Genervt. Nein, natürlich nicht so. Das meine ich jetzt gar nicht, aber mich hat eigentlich nur die eine Mission genervt. Zweimal. Okay. Also. Da muss ich... Ja, wie muss ich? Ich muss hier irgendwie wieder so komisch runterfallen, ne? So, so, so. Wow, ich bin außer Sehen gefallen. Und dann so hier raus. Äh. Okay. Scheiße. Wie wär's bei einer Mission, wo kein Wind ist? Ähm. Tagsüber ist kein Wind. Ja, Wind kommt nur nachts. Das war jetzt richtig scheiße. Der Wind hat mich immer vom Feinsten da runtergehauen. Also es muss eine Mission sein, wo es Tagsüber ist. Ich würd sagen Mission 8 wieder mal. Die war doch ziemlich friedlich. Zumindest hat sie so einen Eindruck gemacht. Genau hier. Wollen wir mal sehen. Ähm, ja. Kein Wind, das freut mich. Und jetzt wieder so. Ups. Und das kann knapp werden. Oh ja, und wie knapp das. Ey, komm. Jetzt gelingt es mir plötzlich nicht mehr. Aber ich lebe noch. Aber es bringt mir nichts mehr, weil ich jetzt wieder sterbe. Oder? Ja. Ja, durch die... Durch den Baum. Wie schlecht. Okay. Irgendwie klappt das nicht mehr. Das ist wirklich nur echt so ein Einzelfall, wo das mal geklappt hat. Ach komm schon. Wieso nicht? Ich will nur ein einziges... Eine einzige Baumung zu haben. Ganz schnell. Und das will ums Verrück nicht klappen. Nur so richtig kurz. Aber es will nicht. Eben hätte es ja auch geklappt, wo es dunkel war. Aber da wurde ich runtergeschlagen. Ich glaube von der Reichweite war es ganz gut. Sonst gucke ich mal... Von hier sieht es aber auch nicht so gut aus. Wie kommt man denn... Das ist der offizielle Weg. Was hat es denn die Tern oder andere, die ich gesagt... Wie man eigentlich da rauf sollte. So. Wow. Okay, das schaue ich sogar locker diesmal. Aber wo war jetzt dieser... Da hinten war sie. Ich wünsche, ich hätte die vorher schon entdeckt. Dann hätte ich die jetzt schon hinter mir. Aber... So, hier. Wow, die ging erstaunlich schnell weg. Und auch ohne Geräusche und so. Ja gut. Dann habe ich sie endlich hinter mir. Kann Kurs verlassen. Und... Boah. Soll ich endlich mal eigentlich der... Nervigsten Level hinter mir komplett. Und... Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt erstmal eine... Erholungspause zu machen. Im Sinne von... Ich hänge auf der Insel am Strand rum. Und chill da so ein bisschen rum. Genau hier. Ich meine, hier ist... Boah, guck mal, wie viel Sonne hier schon ist. Ist richtig schön. Ach ja, kann ich jetzt eigentlich mit dem reden? Gib der mir jetzt... Das... Ja, genau. Oh, ich liebe Sonne. Aber sie ist so hell. Hier, Kleiner. Trage meine spezielle Sonnenbrille. Sehr cool. Jo, du bist gestylt. Sprich mich an, wenn du sie nicht mehr benötigst. Und seht euch Mario an. Boah, Alter. In welchem Spiel sah Mario mal so cool aus wie hier? Gut, es ist ein bisschen dunkler jetzt hier. Das Spiel an sich. Mario hat eine Sonnenbrille. Das ist ziemlich geil. Die verliert ja nur leider, wenn man in irgendein Level reingeht. Also man kann... Da ist ja eigentlich... In vielen Leveln ist er wieder da. Man kann ihn wieder ansprechen. Aber... Ich denke auch nicht, dass ich das oft machen werde. Weil dafür sieht die Gegend dann so ein bisschen mal unschön aus. Weil... Andererseits sieht Mario da so richtig cool aus damit. Mit Sonnenbrille. Er sollte in jedem Spiel so eine Sonnenbrille haben. Na gut. Dann... Ich kann ihn auch wieder ansprechen. Und... Ja... Es wird wieder hell. Schon... Na, für die Gegend besser. Mario nicht besser. Okay. Ich denke aber jetzt... Ist jetzt mal wirklich an der Zeit, Schluss zu machen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal... Ich weiß gar nicht, welches Level ich beim nächsten Mal mache. Sehen wir ja dann. Lass mich mal überraschen. Lass es euch überraschen. Bis dann. Und... Ciao.